Es ist früh am Morgen, Stille schwebt noch über der schlafenden Landschaft. Einen eisig kalten Luft blasen durch Wälder und über Hügel, nur Dunkelheit ist wach. Die wüstische Stimmung schwebt voller Spannung über dem Appenzellerland. Es fühlt sich auch wie Fieber, man spürt ein inneres Brennen und Frösteln. Mit jedem leichten Lüftchen gehört man etwa leslige Klemmen von Rollen und von Schellen. Langsam verwacht der letzte Tag, wo es im Dämmerschlaf von dem Jahr, wo jetzt zu Ende geht. Just an diesem Tag zeichnet Silvester Klaus mit ihrem Geschell von Haus zu Haus, um mit einem Zäuerchen ein gutes Neues anzufünschen. Zur Freude von Gross und Klein feiern wir hier gleich zweimal Silvester. Einmal nach dem gregorianischen Kalender und einmal nach dem julianischen Kalender. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Tmenti. Tmenti. Tschüss. Tmenti. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018